Werden wir die alte HDR vermissen? Es startet in, ich glaube, ein paar Sekunden. In 20 Sekunden. Ich habe ein Video bekommen. Oder ich bekomme ein Video, was ich mir angucken soll. Als Geschenk. Boah, ich habe Schluck auf. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk. Hallo und alle, die da sind. Wie geht's euch? Schön, dass ihr da seid. Danke an alle Lurker. Dieses Team ist wirklich unglaublich wichtig für mich. Beziehungsweise die nächsten 107 Stunden und 52 und 40 Stunden kommen da noch drauf. Es ist, äh, ja. Mit einer langen Sabaton, ja. Ja, 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 ja. Ja, was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Oh, es geht los. Was geht los? Glaube ich. Was denn? 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 Hallo, Nikato. Willkommen jetzt die Hallöchen. Hanna, das gibt so Sodbrennen. Ja, ich glaube. Ich glaube auch. Ich glaube auch, ja. Ja, bieb, bieb, bieb. Okay, 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 okay. Ich bin ready. Let's go. Es soll ein Geschenk für mich sein. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Nix. Ja, jetzt kommen dir nix rein. Hallo und alle. Wie geht's euch? Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Samstag. Danke für alles. Dankeschön. Danke, 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 danke. Ich habe die Zitronen gemundet. Ne, fehlen noch, fehlen noch, äh, zweieinhalb Stücke. Aber erst muss ich das Video gucken. Ich glaube, das ist gerade nur ein Vorspann. Ich glaube, danach geht's dann los. Ein kleiner Rückblick. Oh, weh, ich heule. Am ersten Tag erschuf Gott die Menschen. Äh, die Menschen. Was? Die Menschen am zweiten Tag erschuf Gott die, äh, Hanne. Die Menschen tanzen. Yeah. Asashi, danke für den Kumpel zu vernickt. Dankeschön. Dankeschön, dankeschön. Okay. Ein kleiner Rückblick. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Sieht so satisfying aus. Ja, aber das ist, glaube ich, noch von YouTube. Ich glaube, das ist noch von YouTube. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist noch nicht das Video. Mir geht's auch gut mit meinem Döner. Oh, geil. Oh, ich will auch. Ich krieg so langsam Hunger. Ich habe nicht gefrühstückt, weil ich habe fast gekotzt. Ich habe fast, ich habe nichts gefrühstückt, weil ich habe heute Morgen fast gekotzt, weil ich so nervös war. Vier, drei, zwei, eins. Ein heiliges Hanahe. Okay, ich bin gespannt. Wie es heißt, wo ist Hanahe wirklich? Das ist voll süß geworden, das Video. Das ist voll süß geworden. Geheiligt werde dein Name. Kann ich das nur lauter machen? Okay. Das Streamgelium. Happy New Year. Mein jetziges Model ist halt so viel schöner. Also mein neues. Sondern erlöse uns von dem Hentai. Amen. Habt ihr den Namen schon wieder verstanden? So same. Hallo. Hallo. Hallo, Chat. Seid ihr da? Das war Halloween, oder? Hallo. Yandere. Yandere Hanahe. Das Wort Buba ist einfach schöner. Ich finde das Wort Buba schöner als wie Titten. Ich gucke dir auch deine Titten. Genau du. Ja. Ich meine ich. Du da. Hallo. Ja, genau euch. Nein, genau dich. Genau euch. Ich gucke dir auf die Boobs. Ja, ha. Leute, Blimpfi ist wieder Horni. Nee. Nee. Lügen. Mott. Hallo. Oh, da war mein Mottkeller. Es gibt Essen. Mottkeller. Mott. Es gibt Essen. Lass meine Boobs. Nee. Hanahe reacted auf Hanahe. Ja. Blimpfi. Es ist süß. Aber da streckt die Zunge raus. Das habe ich nicht gesagt. Das ist Fake News. Fake News. Schneide Gemüse in Hanahe Badewanne. Für Hanahe. Was? Nix hier Hanahe Suppe. Was soll das? Oh. Ich meine... Was? Mädchen rülpsen nicht. Ist so. Mädchen rülpsen nicht. Oha. Was ist so ein... Das ist so ein anderes Debüt. Das war mein 2D-Debüt. Long Leg. Mami Long Legs. Ah, die schöne. Diesen Model hatte einfach so lange Beine. Ja. Knabber an Shrimpy. Ich weiß nicht, ob Shrimpy das mag. Shrimpy, magst du das? Ich glaube, Shrimpy schüchtern. Du hast Shrimpy schüchtern gemacht, Mili. Subtitles. Johannes. Ich wollte ja noch einige Minuten von dir, um sie zu klonen. Aber was passiert, wenn man die letzte rausnimmt? Subtitles einfach wild. Das Timing war Pog. Das Timing. Das Timing war Pog. Warum kann ich dir nicht den Mund spritzen? Was? Ich will in deinen Mund. Ich gehe jetzt essen. Ich habe Hunger. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Wo wir gerade bei Lernen sind. Was heißt denn Apfel auf Englisch? Ich war das nicht. Was? Das sind Lügen. Nein. Es schenkt das A an. Weil mein Mikrofon passt nicht auf meinen jetzigen Ständer. Und das fährt ständig rum, weil das Mikrofon zu schwer ist. Und mein Ständer ist zu schwach. Ich brauche unbedingt einen neuen Mikrofonständer. Fahren wir nach McDonalds? 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 Nein. Wir fahren nicht nach McDonalds. Majestätisch. Ich habe zwei Hörnchen. Auf meinen zwei Hörnchen. Ich habe zwei Hörnchen. Ich habe zwei Hörnchen. Achso. Ja, bitteschön, kein Problem. Wer reagiert auf Hanna? Wer war das? Ja. Danke. Jetzt will ich ein Hörnchen essen. Dann schau ich meinen eigenen Porn. Was? Ich bin voll feucht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich meine, wenn du mich abspriffst mit Wasser, bin ich auch feucht. Nee. Doch. Dein Handgelenk liegt auf meinem Titten. Danke schön, Mase. Was? Thank you. Exklusieren sie mich? Verleihre mich nicht, Pinfie. Mach, Meli, los. Mach! Sniff. Besser ist es. Oh mein Gott. Diese Stimmungsschwankungen von zu Besser ist es. Hallo, Labadon. Hallo, Carlo. Hallo, YouTube. Hallo, Almihanza. Hallo, Makino. Nüssen sind gesund. Misha. Ich stecke sie in den Mund. Die Haselnuss, die Pekanuss, die Macadamia. Knöpfe Paranuss und ganz zum Schluss die Walnuss. Wunderbar. Nüsse. Macht keinen Scheiß, ich schwör es euch. Wenn ich zurückkomme und irgendwas komisches im Chat steht. Wie heißt der Song? Ich glaube einfach nur Nüsse Remix. Dann solltest du den finden. Ich kündige. Fickt euch. Dankeschön. Oh, wie süß. Dankeschön für deine Gnese. Danke für das Video. Das bedeutet liebvoll viel Dankeschön. Musik ist ja voll rigged.